Das Video vom AOK-Firmenlauf wird Ihnen präsentiert von der Volksbank Hamm und der AOK Westfalen-Lippe. Ja, wo man sich hier gerade umschaut, alles Leute von der Caritas. Wie viele sind denn dabei von Ihnen? Also angemeldet sind 187. 187? Wie viele Mitarbeiter hat die Caritas? Wir betreuen insgesamt über 500. Anschluss an die Veranstaltung bekommt ihr alle noch ein schönes, großes Foto auf Leinwand gezogen für euch. Das könnt ihr euch irgendwo schicken. Die fersische Foto, seid ihr in der Reihe? Zack, ab, 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 zack, ab. Wie war es denn für euch? Anstrengend auf jeden Fall. Heiß, sehr heiß. Zwei Läufer von der Agentur für Arbeit. Wie war denn die Strecke? An der Arbeit auch vorbeigelaufen? Ich glaube, man achtet da nicht so sehr auf die Strecke, man läuft einfach. Ich kann es gar nicht genau sagen. Sind wir an der Agentur vorbeigelaufen? Ja, so dran geschnitten, würde ich sagen. Wie ist das, in so einer großen Gruppe zu laufen? Ist auf jeden Fall besser als alleine, weil man wird halt noch so ein bisschen gepusht durch die anderen Zuschauer. Und ja, ist halt schon besser. Also bis hierher sind wir voll zufrieden mit allem. Die Leute kommen zurück, haben Spaß auf der Strecke, sind begeistert von dem, was wir ihnen geboten haben. Und ich hoffe, das hält bis zum Schluss jetzt an, bis der letzte Läufer glücklich wieder hier ist. Wie war es mit dem Wetter? War ja doch sehr heiß. Zum Glück nicht so heiß wie die Tage davor. Gab es da irgendwelche Probleme, schon was gehört? Bis jetzt nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich denke, wir haben wirklich den besten Tag der letzten 14 Tage so ungefähr rausgeholt. Und das ist natürlich schön für die Läufer, weil es dann viel erträglicher ist.